UNTERTITELUNG Müsst ihr nicht längst aufstehen? Hat einer von euch eine Ahnung, wo die Windeln sind? Ich komm jetzt rein, Schatz! Mom, Mom! Entschuldige! Wir haben jetzt Zeit für Sie. Spiel doch mit dem hier. Wir fanden zuerst ein bisschen komisch, dass Sie sich überhaupt beworben haben, weil wir so jung sind und Sie sind älter. Sein Gesicht ist ganz grün. Es ist nicht giftig. Ich hoffe, es ist nicht giftig. Ich nehme deine Farbrüfung ab. Ach, meine Freundin, es geht bestimmt um den Schulball, aber ich würde ja nie beim Fahren telefonieren. Schulbälle sind nicht jeden Tag. Bist du irre? Telefon runter, sofort! Sie haben mich reingelegt! Zeig aus! Er hat wohl nicht bestanden. Ja! Sofort in mein Büro! Ja, das wird super! Das reicht gut! Die Coopers. Schlimmer geht immer. Sie können sich gar nicht vorstellen, was heute bei uns los war. Die Coopers. Die Coopers. Die Coopers. Die Coopers. Die Coopers. Die Coopers. Die Coopers.